Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 16. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1024 und nach einem Tag Pause bin ich wieder hier mit den Themen, die dann sind. Huawei, Forza Horizon 5, Apple Podcasts, Nutzerkonten löschen, Symphonisk, HomePod Mini und BCV. Ich beginne gleich mit Huawei. Die geben ja richtig Gas bei allem, was nicht Smartphone ist. Also nicht, dass sie da nicht Gas geben würden, aber da sind sie ja ein bisschen dezent eingeschränkt leider. Ja, was ist das Nächste, wo Huawei Vollgas gibt? Es hat sich schon länger abgezeichnet. Huawei möchte im Bereich der Automobilbranche, also dem autonomen Fahren, Fuss fassen. Und das grosse Ziel ist es, bis 2025 einen komplett fahrerlosen Pkw zu bauen. Da bin ich ja mal gespannt. Das Ganze soll nach chinesischem Modell gehen. Also wahrscheinlich dann noch nicht für unsere Strassen zugelassen. Aber ja, wie soll ich sagen? China ist ein Riesenmarkt. Somit macht es natürlich Sinn, dass man da im Heimmarkt auch etwas tut. Gut. Aktuell haben sie schon Vorbestellungen und das sind deren nicht wenige. Schon 10.000 Stück sind zusammengekommen. Ich bin ja mal gespannt, wie das da weitergeht. 2025? Das sind vier Jahre. Das ist nicht viel Zeit, aber natürlich auch sehr viel Herzblut und Ingenieurs-Know-how ist da mit drin. Dann haben wir, ich glaube, ich habe es schon kurz mal angesprochen, aktuell ja die E3. Das ist die Gaming-Messe, die Gaming, das Riesending, wo es alles um Gaming geht, von den ganzen Konsolenherstellern über die ganzen Gaming-Entwickler etc. zeigen da ihre neuesten Geschichten. Und eins möchte ich nochmals hervorheben. Ich werde jetzt noch einen Link in die Shownotes auf daily.geektalk.ch oder im Podcatch euer Verstrauens reinmachen, wo ihr euch den Trailer zu Forza Horizon 5 anschauen könnt. Das schaut extrem cool aus und das noch viel cooler ist, wäre ein Bethesda-Abo. Ein Xbox-Gaming-Abo hat, der bekommt das Spiel ab dem ersten Tag vollkommen frei zum Spielen. Da freue ich mich schon auf den Herbst. November, glaube ich, irgendwann. Dann ist auch ab gestern online und zwar Apple Podcast hat gestartet. Wer möchte, kann jetzt ausgewählten, also zumindest diejenigen, die es schon aufgeschalten haben, Podcaster monatliches Entgelt zukommen lassen und sie damit unterstützen. Wie das genau funktioniert und so weiter, das werde ich mir noch ein bisschen genauer anschauen für einen Podcatcher.ch-Blog und dann mal schauen, was wir da noch alles so damit machen können. Auch weitere Neuigkeiten rund um die WWDC. Es geht um Nutzerkonten und eigentlich ist es ja fast logisch, würde ich doch mal sagen, wenn ihr in der App ein Konto erstellt für eine App, dann sollte man das ja eigentlich auch in der App löschen können. Das ist anscheinend nicht so, denn Apple hat seine Richtlinien anpassen müssen, dass das nun zukünftig zu den Guidelines gehört und somit verpflichtend ist. Das heisst, Apps, die das nicht können oder nicht unterstützen, nicht anbieten, die sind eh komisch und sollte man meiden. Aber die werden nächstens abgelehnt bei der nächsten Update und so weiter, dass da im Play Store, genau im App Store, ankommen wird. Auch gestern vorgestellt hat IKEA in Zusammenarbeit mit Sonos ihre neue Symphonisk Rahmen, Lautsprecher. Es sind zwei, ein weisser und ein schwarzer Bilderrahmen, den ihr selber bestücken könnt und wo drin eben die Sonos-Technologie ist, sprich ein Lautsprecher, worüber ihr dann natürlich Musik hören könnt. Was für mich toll ist und das ist für all diejenigen, die den grossen Geek Talk immer wieder mal hören, ja, wir haben da so gewisse Schwierigkeiten mit Sonos und ja, ich werde noch einen Link dazu setzen für all diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, was da so passiert ist. Ja, speziell, sagen wir es so. Aber zum Glück, die Speaker können auch Airplay 2 und somit freue ich mich extrem auf eben die genannten neuen Speaker, denn das schaut schon interessant aus und ist ein schönes Accessoire, das Ganze so ins Haus zu bekommen. Die Dinger kann man am Boden stellen, kann man aber auch an die Wand montieren. Kabel-Schächte sind vorhanden etc. Am besten lest ihr nach und nach Möglichkeit werde ich die natürlich bald möglichst testen. Nächsten Monat, ziemlich genau in einem Monat, sollen sie dann in der Verkauf kommen. Hoffen wir doch auch gleichzeitig in der Schweiz. Dann gibt es schöne Neuigkeiten aus Applehausen. Wir haben es ja schon mal angesprochen, der HomePod Mini wird ab diesem Sommer auch in Österreich vorhanden sein. Also all unsere österreichische Hörerinnen und Hörer werden sich freuen dürfen, denn ab sofort, ab gestern ist dieser Online-Store erhältlich. Es sind auch weitere Länder, die dazu gekommen sind. Irland zum Beispiel und nächstens kommt noch Neuseeland dazu. Leider, wie gesagt, immer noch die Schweiz nicht. Aber wenn wir gerade bei der Schweiz sind, da gibt es eine letzte Neuigkeit, in Anführungs-Schlusszeichen zu Apple Pay, nämlich die letzte Bank ist gefallen. Endlich. BCV, also BCV oder wahrscheinlich eher französisch Bank, Cantonal What Was, ist die letzte Schweisse-Grossbank, die umgestiegen ist und jetzt auch Apple Pay für ihre Kunden anbietet. Na dann, bravo. Freut mich doch zu lesen, respektiv zu hören. Und ja, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und habt noch einen schönen Tag, vor allem einen erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.